Häufig wird die Frage gestellt, wo bekomme ich den Radwanderweg XY oder den Wanderweg XY in Komoot her. Wie das in der Suche funktioniert, habe ich schon mal gezeigt. Es kann aber auch passieren, dass dieser Weg einfach noch nicht in Komoot existiert. Und da gibt es einen kinderleichten Weg, um in weniger als zwei Minuten sich seinen Fernradwanderweg oder seinen Fernwanderweg zu suchen und in Komoot zu planen. Hallo, ich bin Thomas von Harzer Bergwald und du siehst ein Erste-Hilfe-Video meines Kanals, wo ich häufig auftretende Fragen zu Komoot oder auch zu anderen Navigationsprogrammen beantworte. Also, was brauchen wir, um deinen Fernwanderweg oder Radwanderweg in weniger als zwei Minuten zu planen? Zuerst natürlich den Weg, den du suchst, dann brauchst du Komoot und dann brauchst du die Seite waymarkettrails.org. Den Link werde ich nochmal unter das Video packen. Das ist schon alles, dann lass uns anfangen. In meinem Beispiel gehen wir davon aus, dass du den Moselsteig suchst, den du gerne wandern möchtest, findest den aber nicht auf Komoot. Also nehmen wir ein weiteres Hilfsmittel zur Hand und das wäre in diesem Fall waymarkettrails.org. Hier hast du die Möglichkeit, zu verschiedenen Sportarten Wege zu finden, die in OpenStreetMap hinterlegt sind. Und du siehst hier beispielsweise beim Wandern ein riesiges Wegenetz. Auf waymarkettrails.org hast du alle Wege als Datei downloadbar. Das heißt, du kannst dir diese Datei verfügbar machen, kannst sie dann in Komoot hochladen und mit dieser Datei den Weg planen. Wie Waymarkettrails funktioniert, werde ich mal in einem anderen Video zeigen. Wir werden das Ganze hier etwas grob überspringen. Wir gehen davon aus, wie gesagt, dass du den Moselsteig suchst. Dann gehen wir einfach mal hier die Suche ein und lassen uns von Waymarkettrails hier den Wanderweg Moselsteig anzeigen. Also wie gesagt, hier die Datenbank ist sehr, sehr vollständig und haben dann hier gleich die Möglichkeit, den Moselsteig als Datei downzuloden. Einmal als GPX, wie wir sie in Komoot verwenden oder auch als KML, wie sie beispielsweise in Google Maps verwendet wird. Wir laden uns hier die GPX-Datei runter, speichern uns die, springen dann in unser Komoot-Profil. Hier in meinem Fall habe ich Premium, aber der Button, der wird immer gleich sein. Du gehst auf das Plus, gehst auf GPS-Datei, importieren. Wir wählen dann Datei hochladen. Hier habe ich die gerade eben erst heruntergeladene Datei des Moselsteigs, öffne die, will die natürlich als geplante Tour importieren. Das ist dann bei dieser Dateigröße, kann das einen kurzen Moment dauern. Wenn du Wege hast, die 20, 30 Kilometer lang sind, wird das wahrscheinlich deutlich schneller gehen. Ich belasse es bei der Sportart Wandern. Ich will das Ganze als durchgehende Tour importieren, denn die Mehrtagestour steht ja nur Premium-Abonnenten zur Verfügung. Ich gehe dann auf Weiter, aber noch kurzer Hinweis. Auch wenn du Premium hast, empfehle ich erstmal das Ganze als durchgehende Tour zu importieren, um dann nachher in aller Ruhe später selber die einzelnen Etappen planen zu können. So, wir folgen der Original-Route. Gehen auf Speichern. Geben der Tour den Namen Moselsteig. Und das war's. Zwei Minuten. Ich habe jetzt hier keine Stoppuhr mitlaufen gehabt. Wahrscheinlich geht es noch deutlich schneller. Ich habe mir hier die Zeit genommen, um das auch ein bisschen zu erklären. Wir werden das jetzt noch einmal für einen Radwanderweg testen. Wenn du dich dafür interessierst, wie du Mehrtagestouren mit Komoot Premium planst, zum Beispiel aus einer bereits geplanten langen Tour eine Etappentour machst, das habe ich dir in diesem Video erklärt. Den Link dazu setze ich dir unter das Video. Oder du klickst gleich oben rechts auf den Hinweis. Waymarket Trails bietet verschiedene Sportarten an, beziehungsweise halt geplante, fertig geplante Wege für Sportarten, offizielle Wanderwege, offizielle Radwege und so weiter und so fort. Du kannst jetzt hier auf der Startseite waymarkettrails.org direkt auf Radfahren wechseln. Bist du beispielsweise schon in einer Sportart drin, wie hier beim Wandern, dann hat Waymarket Trails hier oben Symbole, die nicht ganz so gut zu erkennen sind, hinzugefügt. Hier ist dann der zweite Punkt, das Radfahren. Da wechseln wir jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, ich würde jetzt hier einfach mir den Harz-Rundweg suchen. Das ist ein Radwanderweg, der hier einmal ringsrum geht um den Harz. So, den wähle ich aus, lade die Datei runter, speichere die mir, gehe zu Komoot, gehe auf GPS-Datei importieren, lade die Datei hoch. Hier haben wir sie. Will die natürlich wieder als geplante Tour machen. Das je nach Länge variiert das dann in der Planung. Da dauert es dann ein bisschen länger, bis das Ganze hochgeladen ist. So, will jetzt natürlich Radfahren, müssen wir darauf achten. Hat er hier die Sportart nicht mitgewählt. So, Tourdaten werden nochmal bearbeitet. Nicht jeder Wanderweg ist ja gleichzeitig auch als Radweg nutzbar. So, wir wollen das Ganze als durchgehende Tour importieren. Folgen der Originalroute, speichern die Tour. Betiteln die hier als Harz-Rundweg. Gehen auf fertig. Und das war's. War das Video hilfreich für dich? Dann lass doch einen Daumen hoch da. Noch besser, einen Kommentar. Hast du vielleicht Raymaker Trails schon gekannt? Nutzst du das sehr aktiv? Hast du da auch noch irgendwelche Tipps dafür? Oder hast du vielleicht Fehler gefunden, wo man drauf achten sollte? Kennst du noch andere Hilfsmittel? Kommentier einfach unter dem Video. Noch mehr hilfreiche Videos zu Komoot und anderen Anwendungen, wie zum Beispiel Outdoor Active oder Garmin Basecamp, findest du bei mir im Harzer Bergwald Kanal. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und bis dann, Thomas!